Moin Leute und herzlich willkommen hier an einem Sonntag mit Photoshop Action und heute werden wir einmal diese Grafik hier einer Regeleinheit erstellen und wie man das macht, das seht ihr wie immer nach dem Intro, also bleibt dran. So, herzlich willkommen wieder hier zurück, ich erstelle mir mal eine neue Datei, einfach Datei neu, in diesem Fall 1000x1016 Bit, ok, mit 300 Pixel Auflösung, genau. Dann will ich das Ganze natürlich einfärben, könnt ihr in der Farbe eurer Wahl nehmen, ich mache das in A5B79F, das ist einfach so ein leicht grün, olivgrün, so in der Art. Gut, dann färbe ich das mir ein und kann das auch gleich sperren, indem ich eine neue Ebene auch noch drüber setze und da werden wir jetzt mit einem abgerundeten Rechteck einfach einmal unsere Schiene zeichnen, die wir später dann brauchen. Abgerundetes Rechteckwerkzeug und ich erstelle mir da einfach mal irgendwas, ihr seht es hier so, denn ich kann das hier oben in der Breite und der Höhe in genauen Pixelwerten bestimmen. Breite 10 Pixel und die Höhe bitte 600 nur, das reicht uns heute. Ok, so sieht das Ganze aus, wenn ich da jetzt so draufgehe, seht ihr natürlich nichts, weil es natürlich dieselbe Hintergrundfarbe hat. Die Fläche soll auch so sein, dieselbe Hintergrundfarbe und wir brauchen keine Kontur. Jetzt gehen wir auf das Ebenenstilfenster, da machen wir einen Doppelklick hier drauf, so, und können da jetzt Einstellungen vornehmen. Einmal brauchen wir einen Schatten nach innen, den findet ihr hier, bitte reinklicken und schon sehen wir das Ganze. Ich zoome mich da ein bisschen näher, dann könnt ihr verfolgen, wie sich das so verändert. Und bei dem Schatten nach innen ist ganz wichtig, dass wir da einmal auf Normal gehen. Der Kraft 75% bei Schwarz und hier nehmen wir einfach mal 90 Grad. Ok, bitte globales Licht anklicken, weil dann müsst ihr das später nirgends mehr verändern, das ist dann immer gleich. Und hier bitte 3, 0 und 4 Pixel brauchen wir da nur. Ok, dann ist hier einfach hier oben Schatten und seitlich ein bisschen noch so angedeutet. Einen Schlagschatten hätte ich auch noch gerne, ok. Der soll aber relativ klein sein, wieder normal. Und ja, 90%, ihr seht, mit dem globalen Licht haben wir uns das alles so angeglichen. Wir brauchen da aber nur 1, 0, 1. Also der soll sehr klein sein und nur das ein bisschen verdeutlichen. Hier 0% wieder rein und schon passt das. Jetzt will ich hier noch so einen leuchtenden Streifen haben, quasi, dass man sieht, wo man jetzt mit seinem kleinen Regelschieber ist. Und damit duplizieren wir uns das hier einfach, strg und j. Ok, ihr könnt es auch mit alt verschieben und dann wieder hinschieben, aber strg, j geht ganz leicht. Und jetzt wählen wir hier mit diesem Rechteck-Auswahlwerkzeug hier einfach den oberen Teil, sagen wir mal, 3 Viertel davon wird gelöscht. Oder machen wir so. Ja, das haben wir uns jetzt ausgewählt. Und dann können wir das mit dem Pinsel einfach löschen. Pinsel, löschen, der Kraft 100%, ok. Zip, und schon ist es weg. Auswahl, Auswahl, aufheben und ihr seht, das geht jetzt nur bis dorthin. Dann gehen wir da wieder aufs Ebenstilfenster, machen einen Doppelklick drauf und wir können das beides mal wegklicksen. Denn wir brauchen jetzt einen Schein nach außen. Den finden wir hier unten, zweite von unten, Schein nach außen. Und der soll normal, heute machen wir alles normal, 56 sagen wir mal, ca. So, und die Farbe hierbei wäre bei mir einfach nur ein bisschen leicht gräuliches Weiß, wäre F4, F4, F4. Und das Ganze machen wir weiter mit diesen Werten. Ich habe hier jetzt noch einmal einfach das so eingestellt. Ich will bei der Überfüllung bitte 15% haben. Die Größe 9 Pixel und hier 50 zu 0. Ok, das passt eigentlich auch schon wieder. Die Farbüberlagerung soll in diesem Fall genau das gleiche F4, F4, F4 sein. F4, F4, F4. Ok, dann leuchtet das hier so schön. Und was wir jetzt noch machen müssen, wir schließen das einmal, machen OK und gehen einmal auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Gauscher Weichzeichner. Und machen es einfach mit 0,5 ein bisschen weicher. Dann sind hier die Konturen nicht ganz so hart. Wir bauen natürlich auch noch so einen Regelschieber, den kleinen Knopf. Den erstellen wir uns jetzt auch, indem wir wieder einmal das abgerundete Rechteckwerkzeug nehmen und es das einfach mal hier so aufziehen. Das ist natürlich jetzt viel zu groß, deshalb gehen wir wieder hier oben in die Werte rein und machen einfach 36 Pixel mal 23 reicht. Ok, ich schiebe mir das STGT einfach hier einmal so mittig hin. So, ok, passt. Und wenn ihr das jetzt so habt, natürlich auch in der Farbe ein bisschen verändert. Wir gehen hier in Fläche und Weiß einfach dazu mit einem schwarzen Pfeil auswählen, dann könnt ihr die Farbe ganz leicht ändern. Wir gehen wieder aufs Ebenenstilfenster, Doppelklick auf die Ebene machen. Und, wartet, ich schiebe euch das ein bisschen so hin, dass ihr sehen könnt, was sich da verändert. So ist das ganz gut. Gut, und da gehen wir einmal auf Kontur. Jetzt ist ganz wichtig, geht nicht auf diese Kontur bei abgeflachte Kante und Relief, sondern auf den Extrapunkt Kontur. Den machen wir 1 Pixel groß. Nach innen bitte, weil die Größe soll jetzt nicht unbedingt vergrößert werden. Normal und gerade mal die Deckkraft auf 16%, dass das sowieso ein Schatten angedeutet wird. Einen Schatten nach innen braucht das ganze Stückchen hier auch noch. Schatten nach innen. Und der soll einmal wieder normal sein und mit 75% Deckkraft. Allerdings brauchen wir den hier weiß. Da wird sich jetzt in euren Augen nicht viel verändern, aber später sieht man den doch deutlich. Dazu brauchen wir hier 4, 0 und 9. Okay, jetzt brauchen wir noch die Farbüberlagerung. So passt das Ganze. Und da brauchen wir weiß, okay, mit normal und einer Deckkraft von 14%. 14, 15 so um den Drehrung. Einen kleinen Verlauf bringe ich hier auch noch rein, dann wird das so etwas gewölbt. Und zwar mit der Verlaufüberlagerung. Und diese machen wir wieder normal, 100% Deckkraft. Und von der Farbe, hier geht einfach einmal drauf, Doppelklick hier hin auf das schwarze Teil, da A5B79F. Okay, das ist so leicht grün und das eben zu einem etwas helleren Grün. Da tippe ich das nochmal ein. A5B79F und gehe dann einfach mit der Helligkeit etwas weiter nach oben. Ihr seht, ca. so würde ich das machen. Okay, dann ist das nicht ganz weiß, aber es hat noch ein bisschen den Grünstich da drin. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Schatten für diesen Regelknopf hinzufügen. Wir können da einmal auf OK gehen. Ihr seht, so sieht das bis jetzt aus. Und für diesen Schatten brauchen wir wieder ein abgerundetes Rechteckwerkzeug. Das erstellen wir uns hier. Und dieses braucht dieses Mal einfach eine Deckkraft von erst einmal hier 50% und eine Fläche schwarz. Okay, das soll natürlich darunter. So ungefähr könnte das aussehen. STBT macht das so, dass das auch noch bei den Kanten schön passt. Einmal hier so rüberziehen. Wir sind hier hinzoomen und genau hier endend. Sehr gut. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch weichzeichnen. Dafür gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Bewegungsunschärfe. Das ist gleich das erste hier oben. Okay, ich will das so machen. Und dafür brauchen wir jetzt einfach minus 90% und 90 Grad und 7 Pixel. Okay. Wir machen uns das etwas kleiner wieder. Weil wir brauchen oben keinen Schatten. Und ziehen uns das hier so hoch. So kann das Ganze aussehen. Dann hat das noch etwas mehr diesen Pop-Out-Effekt. Jetzt kommen noch diese kleinen Striche, die Narben auf diesem Cursor hier drauf. Dazu machen wir einmal hier ein ganz Zoom hier rein und wir nehmen das Rechteck-Werkzeug. Nicht das abgerundete Rechteck-Werkzeug, sondern das Rechteck-Werkzeug. Da ziehe ich mir einfach mal was auf. Das soll 28 Pixel mal 1 Pixel in der Höhe sein. Okay, das wäre das hier. Okay, das wäre das hier. Ihr seht es. Und das schiebe ich mir noch mittig ungefähr hier her. Da müssen wir jetzt wieder das Ebenen-Stilfenster aktivieren und gehen hier einfach einmal auf Kontur. Okay, die ist natürlich viel zu groß. Wir brauchen das nur für 1 Pixel. 1 und natürlich außen normal mit einer Deckkraft von 50%. Wiederum nur angedeutet, dass das Ganze auch passt. Allerdings mit Weiß. Okay. Ein kleiner Schatten nach innen ist auch nicht schlecht. Und da gehen wir einfach auf. Hier, Schatten nach innen. Multiplizieren. Und diesmal Schwarz als Farbe auswählen. Okay. Mit einer Deckkraft von, sagen wir mal, ca. 30%. Okay. Passt das Ganze schon einmal? Ihr seht, so wird dann unser Strich hier angezeigt. Wir duplizieren uns das einfach einmal mit Alt und ziehen uns das hier so runter. Ein bisschen anpassen von den Abständen, dass das auch passt. So kann das aussehen. Sehr schön. So wollte ich das genau. Und jetzt schreibe ich einfach noch ein paar Werte hin. Dafür gehe ich hier in den Textwerkzeug, ziehe mir hier einen kleinen Rahmen auf. Und kann nun einfach 10 Dezibel oder sowas reintippen. Ihr seht, ihr müsst das auch entweder in Weiß oder Schwarz nehmen. Macht es mal in Schwarz oder so ein dunkles Grau, sage ich mal. Okay, da kann man noch ein Plus davor hauen. Plus. Und ich ziehe mir das hier so her. Alt. Genau gleich da drunter. Nur mit einem Minus davor. Und jetzt können wir uns das ganze Programm hier, ich mache mal eine neue Gruppe auf. Die zieht ihr euch ganz hier hoch. Rahmt alles mit ein. Und packt das in die Gruppe. So. Die könnt ihr euch jetzt strgj duplizieren. Zieht die vielleicht hier hin. strgj duplizieren. Zieht die euch hier so her. So könnt ihr das ganze dann aussehen. Ihr könnt jetzt ganz leicht eigentlich sogar diese verschiedenen Werte hier verändern. Ich zeige euch das gerade einmal. Ihr müsst nur das hier auswählen. Und zwar wählt ihr das hier bis zu dem aus. Und schiebt das beispielsweise jetzt hier einmal so ganz nach oben. Shift dabei gedrückt halten. Und jetzt müsst ihr nur dieses hier verlängern. Ihr seht, schon hätten wir hier einen höheren Ausschlag. Das war auch schon mein Tutorial für heute. Ich hoffe ihr konntet damit irgendwas anfangen. Das kann man vielleicht vielseitig für eine Website oder so gestalten. Wäre mir interessant das interaktiv dann einzubauen in irgendeinen Vorgang oder so. Und ich finde es ist ein ganz schöner Effekt. Freut mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Nächste Woche gibt es wieder ein Tutorial. Am Samstag und am Sonntag. Und bis dahin sage ich ciao Leute. Adios. Schönes Restwochenende. Euer Gucke.